So, willkommen zurück zu Extreme Biker. Der 12. Folge, glaube ich. Einmal starten, bitte. Danke. Bitte. Mit dabei die anderen zwei. Ja. Eh klar. Genau. Wir fahren Killner-Kurven, dann Norwegen Blues und dann Himmelstürmer. Rat doch nicht immer gleich alles. Doch, hier muss ja alles gespoilert werden. Ich bin schon drinnen, ich bin schon drinnen, aber die anderen brauchen wir so. Spoiler-Alarm, ich gewinne. Ich kann doch sowieso da. So. Wie ging das nochmal? Ah, glaube ich, ja. Wir fahren 125 cm³, also die Hubraumklasse. Boah, Big Millimeter. Ja, Toni, abkürzen, ne? Das Minimotor. Ja, abkürzen, ich gebe dir gleich. Gleich mal hier an die Spitze setzen. Aggressiv verkackt. Gleich mal anfangen. Ich hasse diese Dinger, wenn du die mal falsch erwischst. Hä? Wie, was ist das? Diese kleinen Hügel. Ach, die wups. Ja. Oh, jeder Wamplitz. Hä? Ich glaube, das haben wir jetzt schon gewonnen, sofern nichts passiert. Also, letztes Mal konnte ich es besser, obwohl ich da länger nicht mehr gefahren bin. Das ist komisch. Das ist halt immer so... ...verdächtig. Habt man vielleicht mal Glück und mal wieder nicht. Habt nur mal Glück und dann wieder nicht Pech. Sehr geehrt sich, mein Bruder auch mal bei Hello. Wieso? Ja, weil ich halt trotzdem relativ gut bin, obwohl ich selten spiele. Boah, ich komme gar nicht vor, weil... Achso. Das ist halt, wenn man scheiße ist, ne? Also, wenn eine andere scheiße ist, ne? Nein, scheiße ist er nicht, aber... ...zu weit, zu weit. Aaaaaah! Boah. Kreise. Voll da rübergeklungen. Boah! Mann, Anton, du kommst da wirklich nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Also, wie es ausschaut, habe ich noch die Bestzeit. Ich habe andere Kubikzentimeter, kann das sein? Ja, genau. 75. Ja, du hast 126. Ja, ha, ha, ha. Halbhalbiert. Oder irgendwie so. Äh, das wären dann... ...äh, 6... ...ne, 68,5, oder? Das ist auf jeden Fall aggressiv nervig, der Ton. 67,5, ja. Nee. Weiß nicht. 62,5. Ja, 62,5. 125. Ah, ich höre den Toni hinter mir. Ich bin noch weit weg. Ich bin auch weit weg. Er bin neuchternd. Alter, was ist das? Doch, er ist hinter dir. Von der Karte her. Stimmt, ja, eben. Ist überhaupt nicht weit weg. Boah, da geht nix vorwärts. Ah, was mache ich denn? Gar nix vorwärts. Mein schöner Vorsprung. Immer noch vorhanden. Startet. Weil ihr Scheiße gemacht habt, oder? Jetzt sag ich, flieg da jedes Mal nach rechts weg. Was ist das für ein Scam? Das kommt, wenn man abkürzt, hab ich mal gehört. Maul. Rooms. Er ist donna, Tura. Ohne Crashenwitter, wenn's geht. Das wär echt freundlich. Scheiße, also meine Bestseiz, die werd ich nie mehr schlagen können. Noch nie gehört. Boah, das ist mir aber fast gecatcht. Boah, geht, Jun. Oh, das wird, das wird bös. Die Bestseiz schaff ich nicht. Ah, verkackt. Ne, keine Chance. Was war denn da los? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Hab voll die Geschwindigkeit verloren, wegen dem einen kurzen Flänger. Boah, jetzt kommt Ziel. Anton. Anton. Schau mal. Kurz vorm Ziel. Spannung, jetzt kürz ab, Donnie, kürz ab. Braucht nicht, laber. Laber ist gut. Graf. Ah, schade. Alter, Vater, was war da los? Babies, wohin bin ich denn gerollt? Sepp für den zweiten Platz richtig schlecht von mir. 2 zu 1 zu 0, perfekt. Oh, Nick. Nächste Strecke. Norwegen Blues. Ja, und du Depp hast nicht umgestellt. Ja, genau. Auf ihre Fragezeiten. Boah, fucker. Sag das doch. Mein Gott. Mann, 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 Mann. Na gut, geht halt um bis 90. Der Map, Alter, auf Arizona 3. Das wird voll lustig. Man rutscht so geil und alles drum und dran und blau und blub. Boah, nein. Na ja. Boah, ich kann's gar nicht mehr. Boah. Wenigstens ist die Maschine etwas wendiger als 500. Ja, 500 wäre noch weniger. 500, brauchst gar nicht anfangen zu fahren. Braust gar nicht anfangen zu drehen. Mein ich ja. Das muss natürlich ein Berg sein. Wo soll man denn da Tricks machen? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich hab null Punkte. Ich auch. Ja, hin und wieder. Hier so ein paar, da so ein paar. Ja, klar. Ja, klar geht's ganz gut. Vor allem, weil man da ja auch nicht rutscht, gell? Hier geht's ganz gut. Oh, Junge, reg mich auf. Ach, das ist ja saugeil. Man kann ja nicht schnell als 90. Das heißt, man ist automatisch eigentlich fast nicht so schnell, als dass man dann irgendwo Schaden bekommt, wenn man auf eine Wand klatscht. Praktisch. Hast du schon Punkte? Scheiße. Ja. Boah. Aber nicht viele. So blöd, dass man die Punkte nicht angezeigt bekommt, wenn man umschaltet auf die anderen Spieler. Boah, Alter, das ist so ein Dreck. Oh, ich hab ne Schwanze gefunden. Ich auch. Die nimm mal mit. Achso, halt, die geht ja anders. Scheiße, voll dagegen gefahren. Was ist das für ein Käse? Wie viele Punkte, Dommi? Aaaaaaah. 2.000. 2.000. Ui. Mein Gott. 1.300. Verlass du, Dommi? 2.000. 2.000? 3.000. Ah, hier hab ich was gefunden. Alteaaaa. Die funktionieren nicht scheit, was wird mal. Überhaupt nicht. Was funktioniert nicht scheit? Hier. Ne. Ah, hier wo ich bin, schaut auf die Karte, da ist ein paar Schanzen. Jawohl, ich muss da erst mal hinkommen. Da geht nichts, da geht gar nichts. Scheiße. Ist die Schanze. Wenn der mal nen Trick macht. LOL. Weil die Schanze auch funktioniert. Die ist einfach viel zu steil gebaut. Ich hab ein Flugzeug gefunden. Achso, ja stimmt. Daneben ist auch nur ein Igloo, glaub ich. Ich hab's auch gefunden, das Flugzeug. Schau mal, was ist das... Mach mir nicht immer nach. Jetzt gibt Gas hier. Man, da kommt ein Berg nicht mal hoch. Irgendwann ist es mir ein Motorrad jetzt verkehrt. Boah, das ist scheiße. Das sind nur 5 Minuten, oder? Ja. Gut. Und es ist endlich vorbei. Und sie schreien, die Leute, die hier abgeschützt sind. Was für... Wenn du auf den Schreien noch nicht jubeln. Nein, die schreien. Also meine jubeln. Juhu, ihr seid abgestürzt, juhu. 4.000. Ja, ich krieg halt keinen. Ja, ich brüchle, fliegt auch noch schrecklich. Weck von der Scheißchanze. Halt da hinten, glaub ich, noch. Mach doch, du bist da. Du warst da. Toll, ne Kiste, die braucht mir wirklich nicht. Vielleicht ist dein Schatz, dann. 1.000 Punkte. Jetzt drehe ich halt nach vorne. Wie viele Punkte? Nein, ich meine in der Kiste, vielleicht ist dein Schatz, hab ich gesagt. Bonuspunkte. Bonuspunkte. Jetzt meine ich auch, Karten, nur Scheiße. 14666. Jetzt mach deinen Trick, du Arschkopf. Mein Gott. Ja. Was hab ich denn da gemacht? Scheiße. Voll verkackten Sch... Ah ja. Jetzt mach den. Alles klar. Also jetzt geht's grad gar nicht von den Punkten. Wir haben jetzt noch ungefähr 1,5 Minuten Zeit. Oh, da ist eine Schanze, die nehme ich. Die muss ich ausprobieren. Jetzt mach deinen Trick. Scheiße. So, schauen wir uns mal die Schanze hier an. Toll, man hat wenig Anlauf. Das ist blöd. Dreht er nicht. Das ist doch kacke. Oh, das ist nicht schlecht, der Sprung hier. Das ist doch scheiße, Mann. Scheiße. Zweiter Versuch. Ich geh keine Punkte hier. Am Anfang ging's besser, gell? Ja. Haha. Okay, bei dir nicht, oder? 5.000, der ist. Ja, das ist, glaube ich, der erste Donnie. Nein, ich wäre der Schanze vorbeigefahren. Das ist doch blödsinn. Doch nicht mehr ist der Donnie. Doch. Ich dachte, im Moment, wer von euch war jetzt normalbester im Freestyle? Eigentlich war ich immer zweiter so. Oder eigentlich waren wir ziemlich gleich gut, glaube ich. Unterschiedlich. Kommt auf die Quarta. Auf Glück so ein bisschen, fast. Nein! Der war geil, der Sprung. So, jetzt hast du mich schon überholt. 360 gemacht. Weil die Berge auch so verkantet sind. Und wenn man so wegrutscht, gell? Ja. Ja, und du springst auch immer so oft vorbei, gell? Ey, ich glaube, ich habe eine gute Session gefunden. Ich habe ja eine ganz gute Stimme. Ich auch. Jetzt der Sprung. Bisschen wie Arizona. Ey, die ist sogar fast... Ja, bloß glatter und schlechteren Sprungmöglichkeiten. Nee, weil du bist nicht da, wo ich bin. Die sieht genau aus wie der Hügel, da wo wir immer drüber fahren. Aha, kopiert. Aha. Stattet. Cool, hier habe ich nochmal Schanzen gefunden. Was war jetzt da oben? Komm, einsprung. Boah, die Sprungschanze muss geil sein. Aber dafür haben wir keine Zeit mehr, die zu benutzen. Nein. Nein. Letzter. 21.000. So ein Scheiß. Ah. Oh. Gott, Alter. Gerade noch. Dann vergeben wir die Punkte so auch wieder. 3, 2, 1. Oh, mein Gott. 4 zu 1 zu 1. So geil. Ich glaube, das habe ich sogar gewonnen. Oh, mein Gott, Alter. Ich frage ich nur, wer verlieren kann zu sehr, wer gewinnt jetzt von euch? Das ist die Frage. Oh, mein Gott, Alter. Hauptsache Fan Freestyle ohne Scheiß, Alter. Das ist doch mir sinngefallen. Was ist das jetzt schon wieder für eine Strecke? Nein, das ist mir gefallen worden. Himmelnstürmer. Oh, mein Gott. Eine Hassstrecke. Von Supercross. Die habe ich am wenigsten gewonnen. Ich mag die meisten. Ich finde der Sprungfeder am geilsten. Das stimmt so ein Hellraiser. Hellraiser mag ich gar nicht. Das ist richtig geil. Killerkurven ist auch so ein bisschen. Ja, ich finde über die Sandfarbe, weil Killerkurven hat die schönste irgendwie. So ein helles Gelb. So ein pissgelb einfach. Genau ins Loch, Alter. Aber geh'n auch. Na, ich bin genau auf die Kante drauf. Das ist wie, stell' ich heute irgendwie scheiße an. Junge, was sind das für Hügel, Mann? Wo sollen wir denn da Zeit fahren? Uhuhuhu. Fuck, jetzt hätt's mich fast dicker gelegt. Wer ist jetzt vorne? Ich. Mit einem Millimeter. Scheiße, ich hätte die Wäsche bloß losgefahren, aber gut. Siehwurscht. Oh mein Gott. Geh, du, 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 du. Ah, die schönste Sprungschanz, die sie jetzt hier gibt. Ich benutze da. Ja, bis in den Stall würde ich sagen. Nein, schon wieder. Scheiße. Jetzt Fahrdorf. Geh weg. es ist erster beschämt es ist für sich die letzten zwei runden noch vorne sein der kurs und eine verpackt ist er ja so wie immer schieb mal an genau das bringt es nicht okay bloß weg er war es knapp neben mir er ist wieder nicht das ist eine miese sprung schanze finde ich gerade eben weil du fliegst voll über sich über ein großes loch drüber m und zwar nicht nur noch mal ist noch mal fahren ist ein solches großen die dritte war die sogar der absicht es war absichts er wird aber wie er gewählt bis dahinter wir vorbeigehen runde kannst du abschreiben bis halt voller wir vorbeigehen ich konnte ja nicht reagieren ich weiß was ich kann jetzt wegkommen wo er junge alter ja Spannung steigt was ihr Spannung Junge ich nähe mich im Tommy abkürzen nein sagte das war nicht abkürzt das war nicht schneller das war schneller weil ich nämlich hin jetzt weiter weg bin das ist abkürzend das ist abkürzend du bist so ne Drecksau bist du ne Drecksau das ist ne blöde Stelle Länger kann man für eine Runde wie ich grad gar nicht brauche das ist auch glaub ich längste Supercross Strecke du Drecksau wie du da rechts abkürzt größte Scheiße ich hab dich genau gesehen nur Drecksack jetzt bin ich ja und so wurschtraubst du bist die Letzte wenn du vom Toni bist dann gewinnst du was meine Besonderheit wäre äh Bonk das ist in dem Fall grad keine Kunst jetzt hattest du kein Glück und da kann auch noch Pech dazu du Drecksau ey hab ich dich auch mitgenommen ey und der Sportstar auch noch vor mir ja du hast mich umgehauen jetzt gibt Gas hier das ist eh schon wieder so weit vorne jetzt fliegt denn ja wie fliegt denn der was soll denn die Scheiße ja jetzt häng ich dann im Scheiß oh Sportding da ja wie du da voll rechts wieder reinkommst ja ich war die ganze Zeit daneben jetzt fliegt der mal gerade hier das gibt's ja wohl nicht immer das auf den Sack ey jetzt abziehen und schon wieder du Drecksau ey wie du mich jedes Mal umdrehst genau da ich verstehe das nicht warum es mich jedes Mal wegdreht und dich kein bisschen weil ich am Boden war und schon wieder ich hab mich in der Luft zwischen dir dich und dem Boden geschoben ja aber du warst nicht am Boden doch war ich da warst du nicht was ist uns das zweite kaum unten rein wenn ich in der Luft bin und so knapp vom Boden weiter weiß ich da verkack ich's auch ich hab die Bestzeit aber Toni ist bisschen näher herangekommen muss ich sagen was Schwestern na kommst du vorbei ich hab den Pfeil vergessen ne nein 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 ich bin nicht scheiße na gut jetzt haben wir gleichstanden oder ne ne natürlich nicht du hast gewonnen Drecksau oh mein Gott wenn du mich in der zweiten hinschmissen hättest du Drecksau okay da steht's äh 5 zu 3 zu 1 gut dann sehen wir uns im nächsten Part wieder wenn's wieder heißt ich bin Biker bis denn tschüss 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 Vielen Dank.